Sie kennen bereits die Turing-Maschinen, Sie wissen, wie sie laufen und Sie haben auch ein paar Varianten schon gesehen. Wir haben zuletzt die Mehrband-Turing-Maschine besprochen. Es wird Zeit, noch eine andere wichtige Variante in das Visier zu nehmen und das ist natürlich die nicht-deterministische Turing-Maschine. Das kommt gleich in diesem Video. Willkommen zurück, mein Name ist Markus Krutsch und die Playlist finden Sie unten in den Kommentaren, falls Sie den Anfang verpasst haben. Nicht-deterministische Turing-Maschinen, das ist natürlich etwas, das uns nicht ganz fremd ist. Wir haben ja schon ein paar Arten von Automaten kennengelernt, die Nicht-Determinismus als Merkmal mitgebracht haben. Natürlich die nicht-deterministischen Automaten selbst, die endlichen NFRs hatte ich sie abgekürzten Non-Deterministik Finite Automata. Natürlich auch die Keller-Automaten, die per Design immer nicht-deterministisch waren. Wir haben gemerkt, dass in diesem Fall Determinismus eine Einschränkung ist, mit der man dann weniger erkennen kann. Und aus diesen beiden Automaten-Modellen haben Sie natürlich schon eine ganz gute Vorstellung davon, was wir meinen, wenn wir Nicht-Determinismus in ein Maschinenmodell einbauen. Nämlich, dass wir an irgendeiner Stelle Wahlfreiheit lassen bei der Abarbeitung der Eingabe. Und so ist es auch bei den nicht-deterministischen Turing-Maschinen. Das heißt, das ist nur eine relativ kleine Erweiterung im Vergleich zu dem, was wir bei den deterministischen Turing-Maschinen schon kennengelernt haben. Ich mache das ganz ähnlich, wie wir es auch bei endlichen Automaten gemacht haben. Nicht-deterministisch Turing-Maschine, NTM abgekürzt, wird modelliert mit Hilfe einer totalen Übergangsfunktion. Bei der Deterministischen hatte ich eine partielle Funktion. Hier habe ich eine totale Funktion. Die Eingabe dieser Funktion ist wieder das gleiche wie zuvor. Wir haben einen Zustand und ein Bandzeichen, das wir jeweils betrachten müssen, um zu entscheiden, was als nächstes getan wird. Aber diesmal wird für so eine Situation nicht eine mögliche Kombination aus neuem Zustand, neuem Bandzeichen und Bewegung des Lese-Schreibkopfes ausgegeben, sondern gleich eine ganze Menge von solchen Kombinationen. Und wie zuvor stelle ich hier mit zwei Hochmenge die Potenzmenge dieser Menge von Trippeln da. Das heißt, wir bilden einen Zustand und ein Zeichen auf eine Menge von Trippeln aus Zustand, Zeichen und Richtung ab. Und die Turing-Maschine darf dann wählen, welche dieser Übergänge verwendet werden soll, um in die nächste Konfiguration zu gelangen. Eine Möglichkeit, die es natürlich hier immer gibt, ist, dass diese Menge leer ist. Und das ist auch der Grund, warum wir eine totale Funktion annehmen können. Für den Fall, dass wir keine weiteren Übergänge zulassen wollen, für den Fall, dass die Turing-Maschine halten soll, können wir einfach eine leere Menge ausgeben an der Stelle und das damit erzwingen. Wir brauchen also keine undefinierten Situationen mehr zuzulassen wie zuvor. Wir arbeiten weiterhin mit einem einzigen Anfangszustand. Da hatte ich zum Teil Mengen von Anfangszuständen. Bei unseren anderen nicht-deterministischen Automaten, das ist ein bisschen Geschmackssache, macht an der Ausdruckstärke keinen Unterschied, wie man leicht sieht. Aber bei Turing-Maschinen ist es doch eher üblich, dass man einen Anfangszustand hat, egal welche Art von Maschine man hier benutzt. Und so wollen wir es auch handhaben. Läufe sind jetzt relativ einfach zu definieren, genau wie bei deterministischen Turing-Maschinen im Prinzip. Wir haben diese Konfigurationsübergänge von einer Konfiguration zur nächsten. Sie erinnern sich, da hatte ich drei verschiedene Fälle, je nachdem ob die Turing-Maschine nach links, nach rechts will oder einfach stehen bleibt. Gab es verschiedene Sonderfälle, was soll passieren, wenn sie am linken Rand ankommt und so weiter. Diese Art von Übergängen bleiben alle genau so gleich, wie wir es hatten. Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt mehrere Optionen haben, welchen Übergang wir eigentlich wählen. Und ein Lauf ist jetzt jede Abfolge von zulässigen Übergängen. Also das heißt, in jedem Schritt dürfen wir eines der Triple aus dieser Menge wählen, wenn es überhaupt eines gibt, ansonsten müssen wir halten. Und für dieses eine Triple, die den normalen Übergang ausführen, so wie wir ihn auch bei deterministischen Turing-Maschinen anwenden würden. Und eine Konfigurationsfolge, die wir jetzt auf diese Art erzeugen können, würde man wieder als Lauf bezeichnen. Okay. Einziger Unterschied ist also, ich habe viele Läufe zur Verfügung, anstatt nur einen, weil ich eben nicht Determinismus habe. Akzeptanzbedingungen ist das Letzte, was man noch definieren muss bei so einem Modell. Und dort steckt in gewisser Weise der wichtigste Teil der Definition. Und der ist auch wieder genauso wie bei den anderen Automatenmodellen, die wir kennengelernt haben. Wir sagen, eine Eingabe wird akzeptiert, wenn mindestens ein Lauf endlich ist und in einer akzeptierenden Konfiguration endet. Endlich sein und in einem Endzustand enden, das war auch die Akzeptanzbedingungen für deterministische Turing-Maschinen. Neu ist hier, dass wir sagen, es reicht, wenn es mindestens einen Lauf gibt, der diese guten Eigenschaften hat. Und das war aber das Gleiche wie bei anderen nicht-deterministischen Automaten. Da hat es uns auch gereicht, wenn ein guter Lauf existierte. Darüber kann man ruhig zweimal nachdenken. Ich merke, dass auch Studierende, die in manchen fortgeschrittenen Kursen bei uns sich mit dem Thema beschäftigen, wo es dann schon um tiefere Ideen in der Komplexitätstheorie oder Berechnungstheorie geht, teilweise immer noch verwirrt sind von dieser asymmetrischen Akzeptanzbedingung. Also diese Bedingung ist asymmetrisch in dem Sinne, dass sie Verwerfen und Akzeptieren nicht gleich behandelt. Die Turing-Maschine ist optimistisch. Wenn es mindestens eine Möglichkeit gibt, zu akzeptieren, dann geht sie davon aus, dass die Eingabe akzeptiert werden sollte. Selbst wenn es noch andere Läufe gibt, die in einem Nicht-Endzustand enden oder vielleicht sogar andere Läufe, die überhaupt nicht enden. Also es darf sogar unendliche Läufe geben in so einer nicht-deterministischen Turing-Maschine. Solange mindestens einer dabei ist, der die guten Eigenschaften hat, gehen wir davon aus, dass alles gut wird. Okay, also das ist diese asymmetrische Sicht. Und man kann sich leicht überlegen, man könnte das auch anders definieren. Man könnte auch sagen, wir sind pessimistisch. Wir sagen, fern ein Lauf verwirft die ganze Maschine. Das geht auch und das führt auch zu einem Maschinenmodell im Prinzip. Und man kann auch damit rechnen. Es ist nur nicht die nicht-deterministische Turing-Maschine da. Man kann sogar noch ganz andere Dinge machen, wie zum Beispiel Mehrheitsentscheidungen zwischen den endlichen Läufen. Wenn die Mehrheit akzeptiert, dann wird akzeptiert oder so. Auch eine Idee, aber auch nicht das, was eine nicht-deterministische Turing-Maschine macht. Also merken, nicht-deterministische Turing-Maschinen sind nur eine und nicht mal eine symmetrische, nicht mal eine ganz ausgewogene Art, wie man hier Akzeptanz definieren kann. Und die sind eben die optimistischen, die akzeptieren, wenn es irgend geht. Okay, eine andere Sache, die man sich noch mal klar machen kann, ist, dass das Ganze hier nichts mit Zufall zu tun hat. Also das ist nicht-deterministische Maschinenmodell, ist kein Maschinenmodell, was sich irgendwie sinnvoll vergleichen lässt mit einem Computer, der einen Zufallszahlengenerator benutzt. Oder der mag noch so gut sein, ja, es müssen keine Pseudo-Zufallszahlen sein. Denn was wir hier tun, ist in keinster Weise zufällig, sondern die Maschine findet immer heraus und wird ihre Ausgabe dementsprechend gestalten, ob es eben einen akzeptierenden Lauf gibt. Es ist nicht so, dass wir einfach blind durch Zufall gesteuert irgendetwas von diesen nicht-deterministischen Dingen tun, sondern hier geht es wirklich darum, wir suchen ganz gezielt nach dem einen akzeptierenden Lauf unter diesen vielen Läufen, die vielleicht alle ablehnen. Ansonsten, das kann man mit Zufall nicht so einfach schaffen. Auch Zufallszahlengeneratoren wurden in Turing-Maschinen betrachtet, auch da gibt es interessante Modelle, auch damit kann man Dinge tun. Und auch das ist nichts, was wir hier besprechen. Also Vorsicht und schön auseinanderhalten. Okay, das ist also die nicht-deterministische Turing-Maschine. Und ja gut, Sie kennen schon die Church-Turing-These. Alles, was berechnet werden kann, geht auch mit deterministischen Turing-Maschinen schon. Und dementsprechend, wenn die These nicht schon im vierten Video zu dem Thema widerlegt werden sollte, sollte auch hier am Ende sich ergeben, dass die nicht-deterministische Turing-Maschine nicht mächtiger ist als die deterministische. Und das wollen wir uns noch einmal anschauen. Satz, jede NTM ist äquivalent zu einer DTM. Also keine zusätzliche Ausdrucksstärke. So haben wir es auch schon bei den Mehrband-Turing-Maschinen ja gesehen. Und auch hier ist es wieder so, Äquivalenz hat eigentlich zwei Richtungen. Also wir müssten hier zeigen, dass man mithilfe einer NTM eine DTM simulieren kann. Also alles, was DTMs können, können auch die NTMs. Und umgekehrt, dass man mithilfe einer DTM eine NTM simulieren kann. Nun, eine dieser beiden Richtungen ist natürlich sehr einfach und deshalb werden wir nicht weiter darauf eingehen. Eine deterministische Turing-Maschine ist einfach nur ein Sonderfall von einer nicht-deterministischen, die in jedem Schritt nur eine oder null Möglichkeiten hat. Das ist also sofort klar, dass man mit NTMs das alles kann, was DTMs können. Die andere Richtung aber fordert ein bisschen Überlegung. Wie können wir deterministisch eine nicht-deterministische Turing-Maschine simulieren? Sie wissen noch, wie es bei den endlichen Automaten war. Da haben wir Potenzmengen konstruiert. So einfach ist das jetzt vielleicht nicht. Also wir können nicht einfach die Potenzmenge der Zustände bilden, weil das reicht bei weitem nicht aus, um den Lauf zu beschreiben. Ein Lauf besteht ja aus einer Folge von Konfigurationen und nicht nur Zuständen. Und das heißt, mit diesem Verfahren kommen wir hier nicht weiter. Stattdessen wollen wir die NTM anders simulieren. Und im Prinzip wollen wir das so tun, wie Sie auch, wenn Sie die Aufgabe hätten, ein Computerprogramm zu schreiben, was eine bestimmte NTM-Berechnung nachempfindet, das wahrscheinlich machen würden. Also stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Turing-Maschine gegeben, die ist nicht-deterministisch und sucht jetzt ganz gezielt die richtigen Übergänge, um zur Akzeptanz zu kommen, wenn es überhaupt irgendwie möglich ist. Und Sie wissen natürlich nicht, was die richtigen Übergänge sind. Sie können nur systematisch alle Möglichkeiten durchprobieren. Das heißt, Sie können alle Übergänge der Reihe nach testen und schauen, ob Sie auf irgendeinem Weg zu einer akzeptierenden zu einem akzeptierenden Haltezustand, einer akzeptierenden Endkonfiguration gelangen. Okay. Das ist im Prinzip die Idee. Wenn man das macht, muss man aber ein bisschen aufpassen, wie wir gleich sehen werden. Also, allgemeine Idee, wir simulieren systematisch einen Lauf nach dem anderen. Die simulierte Turing-Maschine akzeptiert die Eingabe, wenn ein akzeptierender Lauf gefunden wird. Andernfalls hält sie nicht an. Das reicht uns. Wir wissen ja, wenn eine Turing-Maschine nicht anhält, verwirft sie. Das heißt, das ist akzeptabel, dass sie sich so verhält. Für die Simulation oder für das erste Ergebnis hier zumindest. Wir können sie ja gleich noch ein bisschen verfangen. Wie kann man also systematisch alle möglichen Läufe testen? Wie macht man das? Naja, Sie können sich die verschiedenen Läufe vorstellen als einen großen Baum. Wir beginnen immer mit der Startkonfiguration im Startzustand, aber schon im ersten Schritt haben wir vielleicht verschiedene Wahlmöglichkeiten und das wären dann die Kinder von dieser Konfiguration. Und für jede weitere Konfiguration, die wir erreichen, haben wir vielleicht wieder verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, es breitet sich unter uns so ein Baum aus, der alle möglichen Abfolgen von Übergängen definiert. Und ich frage, ich muss jetzt sehen, wie kann ich durch diesen Baum suchen? Und eine Möglichkeit ist eben Tiefensuche. Ich führe die erstbeste Entscheidung aus, den erstbesten Übergang und schaue, ob ich damit zu einem akzeptierenden Lauf komme. Und wenn nicht, dann gehe ich zum letzten Entscheidungspunkt zurück und entscheide mich dort anders, nehme die nächste Möglichkeit und schaue, ob die was bringt. Und wenn nicht, gehe ich wieder zurück. Wenn mir die Entscheidungen an einem Punkt ausgehen, gehe ich noch weiter zurück und suche, wo ich das zuletzt, wo ich zuletzt was anders machen könnte. Backtracking. So könnte man arbeiten oder vielleicht doch nicht. Kurz mal nachgedacht. Würde das funktionieren? Tiefensuche durch die Läufe der Turing-Maschinen? Ja, Sie sehen es wahrscheinlich. Es gibt ein kleines Problem. Und zwar haben wir ja gesagt, Turing-Maschinen können auch Läufe enthalten, die nicht enden. Das heißt, wir haben unter Umständen Läufe, die unendlich lang sind. Und wenn wir jetzt eine Tiefensuche machen, dann ist es eine Tiefensuche in einem unendlich tiefen Baum. Und die wird nicht erfolgreich sein in endlich vielen Schritten. Selbst wenn es einen endlichen, akzeptierenden Lauf gegeben hätte. Wenn wir als erstes zufällig einen unendlichen Lauf erwischen und den bis zum Ende verfolgen wollen, werden wir niemals zurückgehen zum letzten Entscheidungspunkt. Weil wir niemals an den Punkt kommen, wo wir merken, dass der Lauf nicht funktioniert. Das heißt, Tiefensuche ist keine gute Idee, wenn der Baum nicht in allen Pfaden endlich ist, der sich so entsteht. Wenn wir nicht Tiefensuche, was können wir noch machen? Naja, natürlich wir können Breitensuche probieren. Wir berechnen alle Läufe bis zu einer gewissen Tiefe und das für immer größere Tiefen. Das kann man jetzt unterschiedlich machen. Wenn Sie es implementieren würden, würden Sie vielleicht die Läufe bis zu einer bestimmten Tiefe berechnen und diejenigen, die noch nicht abgeschlossen sind, dann im nächsten Schritt erweitern. Um eine Turing-Maschine zu skizzieren, ist es noch ein bisschen einfacher, wenn wir einfach die Simulation brutal abbrechen an irgendeiner Tiefe und neu von Null anfangen und eine neue Sequenz von Entscheidungen versuchen. Das heißt, was wir tun wollen, ist systematisch alle Entscheidungen durchgehen bis zu einer bestimmten Tiefe und wenn wir dabei kein Glück haben, dann erhöhen wir die Tiefe und gehen wieder systematisch alle möglichen Entscheidungen durch bis zu dieser Länge von Berechnung, bis zu dieser Tiefe des Suchbaums. Okay. Wie soll das gehen? Am einfachsten kann man skizzieren mit einer Drei-Band-Turing-Maschine. Wir wissen ja schon, dass das auch nichts anderes ist als eine normale Turing-Maschine. Es ist nur ein bisschen bequemer damit zu arbeiten. Die drei Bänder sollen wie folgt verwendet werden. Das erste Band ist das Eingabewort. Das wird nie verwendet. Das ist auch wichtig, da wir ja verschiedene Läufe simulieren wollen, müssen wir, wenn wir zurückgehen, immer wieder das Original-Eingabewort finden irgendwo. Also das sollten wir uns aufheben und dafür ist das Band 1 gerade gut geeignet. Das Band 2 werden wir verwenden als Arbeitsband der simulierten nicht-deterministischen Turing-Maschine für den aktuellen Lauf. Das heißt, das ist das Band, was die eigentliche Simulation enthält. Und das Band 3 wird ein Steuerband sein, das uns sagt, welchen Ort im Suchbaum wir gerade ansteuern. Das heißt, welche Folge von Entscheidungen wir jetzt gerne treffen wollen und bis zu welcher Tiefe. Und auf Band 3 verschieben wir systematisch unseren Zielpunkt im Baum, sodass wir systematisch alle Knoten in diesem Suchbaum irgendwann erwischen. Okay. Dazu zunächst die Feststellung, dass es für jeden Übergang natürlich nur endlich viele Möglichkeiten gibt. Ja, also es gibt eine höchste Zahl an Trippeln, die in jeder Menge dieser Übergangsfunktionen irgendwo enthalten sein können, bei der nicht-deterministischen Turing-Maschine, die wir hier simulieren möchten. Und das wissen wir vorher. Also wir können sagen, es sind eben L-Möglichkeiten, maximal. Manchmal gibt es vielleicht viel weniger, manchmal gibt es vielleicht 0-Möglichkeiten, aber uns interessiert nur das Maximum. Meinetwegen 10 verschiedene Möglichkeiten in irgendeiner Situation. Dann kann man jede Folge von Entscheidungen, die man trifft, als eine Sequenz von Zahlen in der Menge 0 bis L-1 darstellen. Ja, ist auch klar. Wir nummerieren einfach die verschiedenen Möglichkeiten, die es in den Übergängen gibt, durch. Und dafür brauchen wir höchstens L verschiedene Zahlen. Wir haben von 0 anfangs reichen die bis L-1. Und das Band 3, was jetzt steuern soll, welche Entscheidungen wir in dem simulierten Lauf gerade treffen, enthält also jetzt so ein Wort aus Zeichen aus diesem endlichen Bereich. Das können wir einfach als Teil unseres Band-Alphabetes mitverwenden. Also das steht dann pro Zelle ein solcher Zahl auf dem Band, egal wie groß er ist. Okay, Band 3 enthält also so eine Sequenz und wir können die verstehen als Sequenz von Entscheidungen. Und die ist endlich, weil wir in jedem Schritt nur eine endliche Tiefe simulieren möchten. Wenn wir jetzt weitergehen wollen, eine andere Möglichkeit betrachten wollen, dann reicht es, wenn wir systematisch durch alle möglichen Sequenzen der gegebenen Länge durchgehen. Und das können wir einfach tun, indem wir zum Beispiel Band 3 als Zahl zur Basis L lesen. Also wir stellen uns einfach vor, das ist eine Zahl, nicht unbedingt binär kodiert, sondern L kodiert. Und um systematisch durch alle Zahlen durchzugehen, addieren wir in jedem Schritt eine 1. Also immer dann, wenn wir eine neue Möglichkeit ausprobieren wollen, addieren wir 1 hinzu, so dass wir von dem Wort, das nur aus Nullen besteht, also wenn ich bis Tiefe 3 zum Beispiel suchen will, oder bis Tiefe 4 wäre das vielleicht, wenn ich die Wurzel mitzähle, dann habe ich drei Entscheidungen zu treffen, das heißt, ich beginne mit dem Wort 0, 0, 0, dann füge ich 1 hinzu, da bekomme ich 0, 0, 1 und so weiter. Und irgendwann steht da L minus 1, L minus 1, L minus 1, dann habe ich alle Möglichkeiten der Tiefe 3 durchprobiert und dann würde ich weitergehen mit dem nächsten Wort 0, 0, 0, 0 und so weiter. Also Sie sehen, man kann das leicht systematisch durchgehen, das will ich Ihnen nur argumentieren hier, die Details spielen gar nicht so eine große Rolle, aber es ist nicht sehr schwierig das zu tun und das wollen wir auf Band 3 tun. Wie funktioniert dann die Simulation? Das ist relativ einfach, zunächst beginnen wir eben Band 3 zu initialisieren mit dem Inhalt 0. Das würde eigentlich schon einen Schritt bedeuten, vielleicht sollten wir sogar beginnen mit dem leeren Band, aber so wichtig ist das nicht an der Stelle. Details. Wir initialisieren das Band 3 also mit einer kurzen Suche, die die erstbeste Entscheidung trifft für den ersten Schritt. dann kopieren wir die Eingabe von Band 1 nach Band 2, also Sie erinnern sich, Band 2 ist das Band, auf dem die eigentliche Simulation stattfindet, das heißt, wir müssen erstmal die Eingabe dort herstellen und dann simulieren wir einen Lauf der nicht-deterministischen Turing-Maschine auf Band 2. Wie tun wir das? Ohne Nicht-Determinismus einfach so, indem wir in jedem Schritt von Band 3 eine Zahl lesen und den Übergang wählen, der dieser Zahl entspricht. Das heißt also, wir zerstören den Nicht-Determinismus, indem wir uns von der Zahl jeweils sagen lassen, welche der vielen Möglichkeiten wir jetzt verwenden wollen. Das kann natürlich, da L die höchste mögliche Zahl an Möglichkeiten ist, auch mal sein, dass es die Möglichkeit gar nicht gibt, die da steht, also dass ein Übergang mit der gelesenen Zahl gar nicht möglich ist. In dem Fall gehen wir direkt zu Schritt 4, der kommt gleich noch und es kann natürlich auch sein, dass wir keine weiteren Zahlen, Entscheidungshilfen auf Band 3 vorfinden. Sie erinnern sich, wir gehen schrittweise immer tiefer und es kann natürlich sein, dass unser Kontrollband 3 gar nicht so viele Entscheidungen enthält, wie der Lauf Schritte benötigen würde. Also es kann sein, der Lauf ist noch länger, vielleicht ist er ja unendlich lang, dann brechen wir auch die Simulation einfach ab, indem wir zu 4 gehen. Ansonsten, solange wir noch Entscheidungen, mögliche Entscheidungen auf Band 3 vorfinden, führen wir die entsprechenden Schritte auf Band 2 aus. Schritt 4, wir prüfen, ob die simulierte Turing-Maschine in einem Endzustand angehalten hat und in diesem Fall akzeptieren wir. Also Schritt 4 ist der Schritt, der eintritt, wenn die Simulation abgebrochen oder beendet wurde. Das kann eben passieren, wenn ich keinen Übergang habe, insbesondere wenn es keine Übergänge mehr gibt und es kann auch passieren, wenn ich nicht genügend Entscheidungen habe. Wenn ich hier schreibe, prüfe, ob sie angehalten hat, dann meine ich damit, wir prüfen wirklich, ob der Grund des Erreichens von 4 war, dass die Turing-Maschine von selbst angehalten hat, nicht etwa wegen einer unpassenden Entscheidung, die gefordert wurde und nicht etwa, weil wir keine Entscheidung mehr üblich hatten, sondern als vollständige Simulation. Wenn das geschehen sollte, dann können wir sehen, ob sie akzeptiert hat und dann haben wir vielleicht so einen akzeptierenden Lauf gefunden. Wenn es nicht der Fall ist, dann inkrementieren wir die Kontrollzahl, die Steuerzahl auf Band 3 um 1, löschen das Band 2 wieder vollständig und beginnen von vorn. Das inkrementiere um 1 ist ein bisschen eine vereinfachte Darstellung von dem, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Ja, also ich hatte gesagt, wir haben immer Zahlen einer bestimmten Länge dort stehen und wir inkrementieren die so lange, bis wir die größte Zahl dieser Länge haben und dann beginnen wir wieder mit einer längeren Zahl, die nur aus Nullen besteht. Ja, sonst funktioniert das nicht ganz, dieses Verfahren. Okay, gut und damit können wir systematisch immer weiter in den Berechnungsbaum der nicht-deterministischen Turing-Maschine eindringen und hoffentlich, also wenn es irgendwo einen akzeptierenden endlichen Lauf gibt, werden wir den irgendwann finden, spätestens wenn wir eben auf der Tiefe suchen, auf der dieser Lauf endet und dann akzeptieren wir auch und wenn es keinen gibt, dann geht das immer so weiter und es wird nie enden. Wie komplex ist das? Naja, zumindest wenn die nicht-deterministische Turing-Maschine einen akzeptierenden Lauf einer bestimmten Länge hat, dann findet die in die deterministische Version diese Simulation auch nach propositional zu L hoch N, also O hoch von L hoch N Schritten. Ja, also da sind noch Faktoren drin, ja, wir machen, wir gehen ja nicht direkt zur Tiefe N, sondern wir haben auch noch viele Zwischenschritte, aber im Wesentlichen ist es eine Zahl von Schritten, die irgendwie proportional ist zur Anzahl der möglichen Entscheidungen hoch N der Länge des akzeptierenden Laufs. Das ist natürlich eine exponentielle Komplexität, ja, also wenn die nicht-deterministische Maschine in N Schritten hält, dann hält die deterministische in exponentiell viel mehr Schritten, was nicht sehr praktikabel ist, wenn man so drüber nachdenkt. Es ist aber auch bis heute die einzige bekannte Simulation. Also man weiß nicht, ob es eine effizientere Simulation geben könnte, man geht nicht davon aus, wenn Sie es beweisen, bekommen Sie den Turing Award. Viel Glück. Bisher, für jetzt reicht es uns aber, das so zu machen, und wir nehmen erst mal hin, dass das also einen Effizienzverlust mit sich bringt. Und das ist ja auch nicht ganz überraschend, so etwas Ähnliches haben wir bei den endlichen Automaten ja auch gesehen, nur da konnte man auch Beispiele finden, in denen ich beweisen konnte, dass der nicht-deterministische Automat exponentiell viel kleiner sein kann, als der deterministische. Bei Turing-Maschinen ist das nicht so einfach, solche Dinge zu argumentieren. Also speziell, was die Länge der Läufe betrifft und die Effizienz. Also es geht da nicht um die Größe des Zustandsraumes wie bei Automaten. Okay, exponentiell, aber immerhin. Terminierung. Was bekommen wir als Terminierung? Naja, wenn die simulierte, nicht-deterministische Turing-Maschine ein Entscheider ist, also das heißt, immer hält, garantiert, auch wenn da die Antwort Nein lautet, dann ist natürlich die simulierende, deterministische Turing-Maschine nicht unbedingt ein Entscheider. Ja, das liegt an dieser seltsamen Simulation, an der wir einfach immer weiter hochzählen und niemals aufhören, wenn wir keinen akzeptierten Lauf finden. Das kann man aber natürlich beheben. Ja, also wenn Sie an irgendeiner Stelle ankommen, an der alle Läufe bereits beendet sind, bevor Ihre Entscheidungen aufgebraucht waren, dann können Sie das sicherlich detektieren und könnten die Turing-Maschine entsprechend auch beenden, die simulierende. Dann müssen Sie nicht immer wieder neu simulieren, bis in größere Tiefen, die es am Ende gar nicht gibt. Das heißt, man kann das leicht so abwandeln, dass das gilt. Also wir finden jede Sprache, die von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine entschieden wird, kann auch von einer deterministischen entschieden werden und nicht nur erkannt, wie wir das hier oben gezeigt haben. Okay, das ist nur eine kleine Abweichelung, lässt sich aber ganz gut machen. Also ich hoffe, das braucht keine weiteren Details. Okay, gut, damit haben wir die wichtigsten Dinge über den allgemeinen Bezug von nicht-deterministischer und deterministischer Turing-Maschine gelernt. Das heißt, für die Berechnung bringt uns die nicht-deterministische Turing-Maschine keine Vorteile. Es ist aber manchmal einfacher, einen nicht-deterministischen Algorithmus anzugeben als einen deterministischen und wir haben ja auch gesehen, es könnte Effizienz Vorteile bringen und darüber wird noch zu reden sein. Ja, das kommt noch mal. Für jetzt können wir das schon mal ganz gut nutzen, denn mit Mehrband-Maschinen und nicht-deterministischen Turing-Maschinen haben wir jetzt alles an der Hand, um leicht zu sehen, dass die Turing-Maschine wirklich alles, was wir bisher an Automaten gesehen haben, verallgemeinert. Mehrband- nicht-deterministische Turing-Maschinen können Sie natürlich auch ganz leicht definieren. Sie kombinieren einfach die beiden Erweiterungen, Mehrband- und Nicht-Determinismus. Das sollte kein großes Problem sein. Was sehen wir dann? Naja, einerseits endliche Automaten sind natürlich leicht als deterministische Turing-Maschinen aufzufassen. Die lesen die Eingabe des Bandes einfach nur in einer Richtung und es wird nie etwas geschrieben. Das ist eigentlich das, was ein endlicher Automat tut. Einfach nur lesen, ohne zu schreiben und immer nur von links nach rechts wandert dabei. Kellerautomaten, Brustdown-Automata können auch als Turing-Maschinen aufgefasst werden. Am bequemsten ist es hier, die als nicht-deterministische Zwei-Band-Turing-Maschinen aufzufassen, wobei wir vom ersten Band wieder nur lesen und das zweite Band als Kellerspeicher benutzen und den Nicht-Determinismus verwenden, um die nicht-deterministischen Übergänge des Kellerautomaten direkt zu simulieren. Okay, damit sehen wir also, ist die Turing-Maschine als die Spitze unserer bisherigen Automaten-Modelle etabliert und wir haben gesehen, dass Nicht-Determinismus hier die Ausdrucksstärke nicht erhöht, im Gegensatz zu den Kellerautomaten, wo das der Fall war, aber analog zu den endlichen Automaten, wo es auch nicht der Fall war. Als nächstes werde ich reden über Unentscheidbarkeit, aber das kommt im nächsten Video. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüss. 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 Vielen Dank.